Habt ihr schon ein bisschen was von Hamburg gesehen? Vielleicht schon deinen Lieblingsplatz oder Lieblingsspot ausgeguckt aus der Stadt? Ja, ich kenne Ikea schon gut jetzt. Ich bin schon ein paar Mal bei Ikea. Aber sonst ist Hamburg ganz schön. Auch ein gutes Weg nach Hause, nach Norwegen. Ich habe auch ein bisschen gesehen. Es ist echt schön, muss man sagen. Nicht nur Ikea.